Ähm, was machst du da? Nicht vorbereiten. Das wird die totale Katastrophe. Ich kann's kaum erwarten zuzusehen. Ich hätte gerne eine Portion Pinonuggets, bitte. Du bist schon viel zu alt für ein Kinderbibli. Zu alt? Ich trinke meinen Saft aus diesen kleinen Tüten. Ich erkenne, was hier passiert. Du hast eine Kindheitskrise. Warum müssen wir uns mit Toastern rumschlagen, vordrängeln, zerstört uns mit Gesellschaften, Max. Also leben wir in einer Welt, in der Pokale einfach nur Metall sind. James, bist du es auch wirklich? Na, was siehst du hier? Ist das ein Elefant? Du siehst einen Elefanten? Das heißt, du bist gestresst. Oder ein gemeingefährlicher Erlöser. Du bist also echt aus der Zukunft? Erzähl mir mehr darüber. Akzeptierst du jetzt meine Hilfe oder wartest du, bis die komplette Stadt in Brand gesetzt wurde? Ach, Peter, wir haben schon in einer anderen Folge die Stadt angezündet. Das machen wir nicht nochmal. Wir werden zusammen die Welt verändern, weil das unser Schicksal ist. Er ist wirklich unglaublich niedlich. Ich überreiche hier mit James die Auszeichnung Netteste Person. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Aber hast du nicht gesagt, dass Pokale... Das ist alles, was ich gesagt habe. Pokale sind wertvoll. Oh, auf diese Weise habe ich das noch nie gesehen. Hey, ja! Also das nenne ich Fernsehen!